Musik Der Hohen Meißner in Nordhessen. Jahrhundertelang wurde hier Braunkohle gefördert, bis die Vorkommen in den 1970er Jahren erschöpft waren. Heute wird auf dem Hohen Meißner wieder Energie gefördert, diesmal aber die erneuerbare Energie aus dem Wald. Seit 2004 arbeitet der Forstbetrieb Holstein als Energieholzunternehmen, spezialisiert auf die Nutzung von Holzvorkommen, die als Wertholz nicht geeignet sind. Hier ein Nadelwald auf dem Hohen Meißner, der mehrmals durch Schneebruch geschädigt wurde. Äste und Kronen waren im Winter unter der Schneelast abgebrochen. An den Bruchstellen entstehen sogenannte Zwiesel. Die Bäume verzweigen sich zu dünnen Stämmen mit vielen Ästen und verwucherten Kronen. Wobei hier eine stoffliche Nutzung nicht möglich ist und diese Kronen halt komplett in das Energieholz geschnitten werden. Das sieht man hier, also hier ist es nicht möglich, irgendwo ein Brett rauszuschneiden oder irgendwas, weil es ist so verkrümmt, so starkastig. Das ist nichts möglich mit stofflicher Nutzung. Gerade Stämme werden entastet und auf passende Länge geschnitten. Sie eignen sich noch als Palettenholz. Die Verwertung des übrigen Holzes und das Entfernen aus dem Wald ist auch deshalb geboten, weil es sonst eine Brutstätte für Borkenkäfer wird. Das Energieholz verarbeitet der Forstbetrieb Holstein direkt an den Lagerplätzen im Wald. Ein leistungsstarker, mobiler Hacker zerkleinert Baumkronen, Äste, verwachsene Stämme und die Zwiesel in einem Arbeitsgang zu Holzhackschnitzeln. Ein ofenfertiges Brennmaterial, das sich jetzt gut transportieren und verladen lässt. Ja, wir haben zum einen das Problem, das Material, was wir jetzt rausfahren, kann hier auf der Straße gar nicht transportiert werden, weil die Kronen so sperrig sind, so breit. Also hacken wir das Material, dass wir erstmal eine vernünftige Transportlösung haben. Und was noch ein Vorteil ist, wir haben halt eine zeitnahe Lösung, wie in dem Borkenkäfer. Wir können das Material ernten und können es auch innerhalb von einer Woche auch gleich verarbeiten und abfahren. Waldrestholz ist die wichtigste Rohstoffquelle des Energieholzunternehmers, Daneben nutzt er auch Landschaftspflegematerial, hier beim Bau der Ortsumgehung für die Gemeinde Hauneck im Kreis Hersfeld-Rotenburg. Dabei fällt sperriges, astiges Material an, früher hätte man es entsorgt. Verarbeitet zu Hackschnitzeln, wird daraus heute eine regionale Energiequellen. Frank Holstein ist gelernter Forstwirt. Er arbeitete viele Jahre im Landesbetrieb Hessenforst und machte sich 2004 in Bebra mit forstlichen Dienstleistungen und Energieholz selbstständig. Hackschnitzel brauchen Liefersicherheit, vor allem über den Winter, wenn bei den Abnehmern der höchste Bedarf besteht, in den Wäldern aber zeitweise nicht gearbeitet werden kann. Deshalb erweiterte Holstein 2009 seinen Betrieb um eine Vorratshalle für 5000 Kubikmeter Hackschnitzel und einen Lagerplatz für bis zu 6000 Festmeter Rundholz im Gewerbe- und Energiepark Allheim. Hier liegt eine Energiereserve für bis zu drei Monate. Der Betrieb ist damit jederzeit lieferfähig. Der Holzvorrat, den ich jetzt noch liegen habe, den fahren wir im Herbst hin und dass wir über Winter halt einen Vorrat haben, wo wir hacken können. Man könnte es auch in die Schulen verteilen. Und mein Fahrer, der Mario Laus, ist jetzt gerade dabei und hackt das Rundholz, was wir dann in der Halle zwischenlagern und dann wieder verteilen. Diese regionale Energie schafft ganzjährige regionale Arbeitsplätze. Der Forstbetrieb beschäftigt sieben festangestellte Mitarbeiter. Holzhackschnitzel bedienen eine stark gewachsene Nachfrage nach alternativen Energieträgern. Der Forstbetrieb versorgt damit sechs Schulen und zwei Hallenbäder im Landkreis Hersfeld-Rotenburg. Hier ist eine Ladung von 40 Kubikmetern Holzhackschnitzeln auf dem Weg zur Modellschule Obersberg in Bad Hersfeld. Das Schulzentrum bekommt im Winter fast jeden Tag eine Lieferung. Aus dem Vorratsbunker wandern die Hackschnitzel eine Etage tiefer direkt in den Brennofen. Dieses Feuer heizt die Gebäude von drei Schulen mit insgesamt 3.400 Schülern. Frank Holstein ist Wärmekontraktor. Das heißt, die Schule kauft nicht die Hackschnitzel, sondern sie bezahlt die daraus gewonnene und in ihr Heizungsnetz eingespeiste Energie. Seit der Umstellung der Heizanlage im Januar 2006 haben Hackschnitzel hier 15.000 Megawattstunden Wärmeenergie geliefert und damit anderthalb Millionen Liter Heizöl ersetzt. Insgesamt erzeugt der Forstbetrieb Holstein jedes Jahr etwa 50.000 Kubikmeter Hackschnitzel aus regional anfallendem Restholz. Sie ersetzen unmittelbar über drei Millionen Liter fossiles Öl in Heizanlagen durch im Holz gebundene Sonnenenergie. Die vollständige DVD, das geht, Bioenergie aus Hessen, erhalten Sie unentgeltlich beim Witzenhausen-Institut Werner-Eisenberg-Weg 1 37213 Witzenhausen. Bitte senden Sie uns einen mit Ihrer Adresse beschrifteten und mit 1,45 Euro frankierten Rückumschlag.